So Leute, der Wex hier und willkommen zurück zum Let's Play von Cry of Fear. Wir haben ja im letzten Mal aufgehört und ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg, denn wir müssen ja schließlich weiter. Wow! What the fuck? Okay, jetzt bin ich mal voll nicht sozial. What the fuck? Maze? Äh, what? Okay. Oh shit, oh shit. Äh, was ist das? Wow. Oh, fuck. Äh, vielleicht mal da andrehen. Oh. Oh, nice. Na, ja, wie easy. Holy shit. Okay, 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 okay. Okay. Das war jetzt aber mal extrem easy. Wir wollen jetzt also was Großes. Na dann. Vielleicht finden wir ja irgendwo was. Hallo? Ein Umkleide. Na ja, wir müssen auf jeden Fall den Weg irgendwie zurückfinden, ne? Aber ich denke mal, das wird kein Problem sein. Oh, ne Säge. Wunderbar. Ich hoffe mal nicht, dass es die selbe Säge wie er. Oh, ich hasse es, wenn, wenn der, wenn ich auch so den zweimal auf Weg komme. Und er dann so einen Sprung nach vorne macht. Das erschreckt mich immer. Ah! Hm. Hm. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Mit sowas rechnet doch keiner. Boah. Ernsthaft. Okay, da haben wir unseren Fettier. So. Na dann. Equip. Lecker. Das hört sich ja wunderbar an. You got the rusty key. Okay. Na dann. Ach so, klar. Wie? Hä? Wo sollen wir denn hin? Und wofür ist der... Ach so, Moment. Da drüben gab es ja noch eine Tür. Eben. Wofür soll denn bitte der Schlüssel sein? Nice. Okay. Warum wollte der Doktor da lang? So. Ähm. Wir speichern mal hier. Ich werde einfach zwei Safe-Points spielen, weil, ähm, ja. Ich gerade nicht so viel Zeit habe. Oh! Fuck it! Ah! Hallo! Oh, ich habe ich gerade nicht gesehen. Nein! Ah! Oh! 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 Holy shit! Okay. Wir. Mich fällt jetzt gleich irgendwas an. Oh! 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 Oh nein! Nein komm! Nicht wirklich! What do you think? Do you like this? Natürlich. Natürlich mag ich das nicht! Alter, der Sound ist so übertrieben laut bei mir Und das ist keine wirklich berührende Musik If you just could understand I never wanted this Oh shit Oh bitte I just want to die Just die Oh, kann die Musik nicht aufhören, bitte Oh, das ist so ekelhaft Oh, fuck it Okay, kann die Musik wieder Da lang Shit Moment Fuck Fuck You will die Ein netter Name für ein Kapitel Okay Na dann Oh, fuck it Fuck it Jawohl 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 Wie, jetzt sind wir gestorben oder was? Also Gescriptet gestorben Das war's Das war's nicht erst jetzt I need to get some help Or at least just find my way back home I wonder who that sick doctor is He must have done something to me He's wearing a gas mask and I'm not Hmm This city isn't safe Ihr habt das Können wir irgendwo speichern? Wirklich? Ich hab so wenig Leben und ich kann nicht speichern? Ernsthaft? Okay, wir brauchen die Pumpgun Ja, ist klar, dass man das nicht halten kann Mit dem Telefon zusammen Scheiße Oh ja, es ist so hell Boah, unglaublich Ich seh alles Hallo, würdest du wohl hochklettern? Danke Hm Okay Nein, nicht Nein, 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 nein Oh, ich wollte grad sagen So, okay Was haben wir hier? Die Musik ist grad ein bisschen zu Angenehm Da kann irgendwas nicht stimmen Das ist ein verbluchtes Horrorgame Hier muss irgend Hier muss einfach irgendwas schieflaufen Wir sind am an Wir sind wieder am Anfang Also What the fuck? Are you okay? You better come home now I'm getting weird Äh, worried Okay Ich glaub, wo ich sag, alles ist beim alten, ne? Aber irgendwie doch nicht Hast du was dabei für mich? Nein Scheiß hast du nichts Ach man Ich hätte jetzt wirklich was gebrauchen können Hm Es sagt hier, dass ich den Subway von Hanson Square zu Hause nehmen kann So, ich muss erst auf Sachsen Avenue gehen Okay Okay Reach Hanson Square through Sachsen Avenue Na dann Was ist das denn? Was ein ekelhafter Baum Oh, shit I don't trust you Ah, fuck it Fuck it Ist ja nicht so, als ob ich extrem wenig Leben hätte Nee, ist es nicht so Okay Okay, ich befürchte Ich muss jetzt irgendwie Moment, hab ich noch Ja, die Pistole, so Alles klar Das dürfte mir mein scheiß Leben retten Alles klar Ich bin auf alles vorbereitet Ah, fuck it Oh, Gott sei Dank Etwas erleichterndes Oh, fuck Warum muss die Atmosphäre so abnormal krass sein? Oh, fuck Leck mich doch am Arsch Ich will speichern und einfach aufhören Okay Ich denke mal, den können wir ignorieren Alles klar Hallo Geht doch Wenn ich Oh, fuck Alter, ernsthaft? !